Am Anfang hatten wir immer noch die Angst, weil man ist Angstpatient, also ich zumindest. Und das ist ein wahnsinniger Eindruck, weil alles so sauber und modern ist. Und dann wird man aber so wahnsinnig herzlich angenommen. Egal wer hier unten arbeitet oder oben, sind alle zuckersüß. Ich kann es nur sagen, von der ersten bis zur letzten Minute ist ein super Service und eine hochprofessionelle Begleitung, die man einfach auch braucht.